Die Uhr tickte runter gegen die Ostwestfalen, die ja noch nie im Profifußball waren. Und sie kamen. Mit Schikowski. Schikowski, Ball geht durch, Schallenberg direkt abnahme, Tor. Ausgleich 1 zu 1 in der 73. Minute durch Schallenberg. Bertels, der sportliche Leiter, jubelt. Ja, noch ein bisschen Gymnastik obendrauf. Der Schallenberg schon Torschütze beim spektakulären Pokalsieg gegen den FC Augsburg. Das macht er gut, nimmt direkt ab und trifft zum Ausgleich. Und damit, Europacup-Arithmetik, wäre jetzt wieder Ferrell in der 3. Liga. Was eine Spannung.